Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Project Zomboid. Ich befinde mich gerade auf dem Weg Richtung Mordrow. Ich habe schon ein gutes Stück hinter mich gebracht. Jetzt habe ich aber ein Problem. Dass jetzt zum ersten Mal, seit ich das Spiel hier gestartet habe, ein Helikopter hier kreist. Jetzt weiß ich, dass es zwei Möglichkeiten gibt, den loszuwerden. Einer ist, in ein Haus zu gehen. Da müsste man den loswerden. Und die zweite Möglichkeit, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich weiß nicht. Ich dächt dir, das wäre jetzt gewesen, gehen im Wald. Also so, dass sie dich quasi nicht mehr sehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ihr seht schon, ich fange an, hungrig zu werden. Müde bin ich. Ich bin Gott sei Dank noch nicht gesprintet. Das heißt, ich bin nicht außer Atem. Ach so, wie es aussieht, scheint er jetzt wieder Abstand zu nehmen. Das ist gut. Mal noch eine kurze kleine Zwischeninfo. Ich brauche nur noch, bis komplett Ruhe ist. Nein, er kommt wieder. Oder? Nein, er verschwindet. Ich habe zwischendurch mal nach Nahrung gesucht und habe hier solche Animal Traces gefunden. Ich weiß jetzt nicht direkt, was das ist. Ob das jetzt eine Kacke ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Im Spiel ist das mit Game irgendwie übersetzt. Ach, das sind Spuren oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich denen jetzt folgen. Ich mache das mal noch nicht. Ich hebe mir das mal noch auf. Es ist nicht so, dass man das dann vor Ort machen muss scheinbar. Man kann das wahrscheinlich überall machen. Und des Weiteren habe ich herausgefunden, dass ich bei dem Maisfeld, das sich am Haus befindet, durchlaufen kann und hier das Fenster aufmache. Und dann werden hier noch weitere Symbole angezeigt. Und da kann ich Mais finden unter anderem. Also kann ich dann Mais sammeln. Und ich weiß nicht, wie es im Winter dann aussehen wird. Ob es es dann immer noch gibt. Und vor allen Dingen Kaninchen. Ich habe da hier das Mais. Langeweile unglücklich. Also ich müsste den wahrscheinlich erstmal irgendwie zubereiten. Irgendwie muss ich mal noch schauen, wie wir das hinkriegen. Und ich habe Kaninchen gefunden. Da rennen Kaninchen rum. Also wir können uns dann mal bei Gelegenheit dran machen, Kaninchen zu züchten. Dann müssten wir uns einen Kaninchenstall bauen und so. Und dann hätten wir da auf jeden Fall schon mal für Essen gesorgt. Nur weiß ich auch nicht, wie es dann aussieht in Sachen... Der kommt doch schon wieder. Scheiße. Verdammt. Mist. Dann bleibt man hier noch ein bisschen stehen. Wird schon. Ja, ähm... Die konnte ich dann einfach so aufsammeln. Dann habe ich die umgenietet. Und mir gekocht quasi. Ohne großartig irgendwie zuzubereiten. Oh Mann, verpiss dich, du scheiß Hubschrauber. So, und das Kaninchen werden wir uns direkt mal reinpfeifen. Das bringt über 50... Sättigkeit. Ich bin jetzt ein wenig hungrig. Wenn ich mir das ganze Kaninchen jetzt reinziehe... Sehr gut gesättigt. Ey, es gibt nichts Besseres scheinbar. Also Kaninchen gut. Merke ich mir. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt irgendwas mit dem Fernglas machen, außer spielen? Ne, ich denke, das ist, ähm... Das Fernglas dazu gut, dass ich, äh... Den Spuren folgen kann. Und ich wäre jetzt echt begeistert, wenn der... Helikopter sich jetzt langsam mal verdünnisieren würde. Ich habe ja im Hintergrund, ähm... Habe ich ja das... Kleine Fenster, wenn man Project Zombie öffnet, hat man ja dieses, ähm... DOS-Fenster. Was mir dann auch sagt, was der Helikopter gerade macht. So ein bisschen... Mh... Ja, es ist Cheaten. Zum Beispiel, ähm... Hier, Chopper State Hovering. Das heißt, er sucht. Jetzt, äh... Chopper State Searching. Leaving. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Erst Hovering, ist klar. Der schwebt. Und sucht. Und jetzt vom Suchen... Achso. Erstes ist, ähm... Chopper Activated. Das heißt, er kommt. Dann ist, ähm... State Arriving. Er ist angekommen. Geht über zum... Hovering. Von da aus geht er über zum Suchen. Searching. Vom Searching geht er über zum Leaving. Und jetzt müsste ich quasi warten auf Deactivated. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wir laufen jetzt mal. Oh, jetzt ist er doch sehr müde. Wahrnehmung stark eingeschränkt. Wir gehen mal weiter. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht. Ich habe gerade so das Gefühl, dass es ein bisschen mehr ruckelt. Als es eigentlich machen soll. So, jetzt steht da Chopper Deactivated. Oder Chopper. Whatever. Das heißt, jetzt ist er raus aus dem Spiel. Also da bekommt man doch einige Informationen, die vielleicht recht interessant sein könnten. Wir laufen jetzt noch ein Stückchen weiter. Mal Stallcount 0. Peak Usage. Ach, da wird mir sogar angezeigt, wie hoch die Zombie-Population ist. Kann das sein? Jetzt habe ich gerade dort stehen, äh, Peak Usage. 9.664. Und dann gerade drunter nochmal, Peak Usage. 9.872. Jetzt kommt die Kommando nochmal. Bei 10.192. Das weiß ich nicht. Ähm. Oh. Chopper ist wieder activated. So, jetzt haben wir hier eine nach links abknickende Straße. Also, Laufrichtung nach rechts. Und die nächste müsste dann eine links abknickende sein. Ich gehe nochmal in den Wald rein. Ich weiß nicht, ob das schon hilft. Jetzt muss ich wieder warten, dass er weg geht. Ich müsste mir mal, ähm, One-Person-State-Change. Da laufen lauter Befehle durch in diesem, äh, DOS-Fenster. Ich müsste mich mal versuchen zu informieren, was diese Befehle alle aussagen. Ja, jetzt ist er angekommen. Tut havern. Jetzt, äh, sucht er. Also danach kann ich gehen, äh, wie lange er denn noch aktiv ist. Ich versuche es jetzt mal, wenn ich jetzt rausgehe, ob sich da jetzt irgendwas ändert. Ah, jetzt ist er von Searching wieder auf Harbouring. Also, wenn ich mich jetzt wieder verstecke, müsste er wieder von Harbouring auf Searching gehen. Also, der verfolgt mich regelrecht. Ja, das ist eine miese Sache. Jetzt muss ich mal warten. Wenn er mich nicht sieht. Ja, jetzt geht er wieder auf den Harbouring auf Searching. Und dann müsste er wieder abhauen, eigentlich. Also jetzt mit dem Helikopter, das ist echt eine ganz schön miese Angelegenheit. Hier geht's jetzt mal noch. Ähm, wenn dann aber mehr Zombies vorhanden sind, dann ist das echt kriminell. Ha. Das ist eine echt gemeine Scheiße, Mann. Hier könnte ich jetzt nach Nahrung suchen. Komm, wir machen das mal. Gehen wir weiter rein in den Wald. So, jetzt ist der Helikopter, äh, leaving. Das habe ich bereits gelesen. Dann können wir das auch mal ablegen. Rinde. Ich habe Rinde gefunden. Ich könnte es essen. Und Stroh habe ich gefunden. Ja, mit Stroh können wir irgendwie, äh, auch Viehzeug füttern. Im Moment, äh, geht's mir nicht darum, das Zeug zu haben, sondern einfach mal zu wissen, was kann man jetzt eigentlich finden. So, Chopper ist leaving. Wir laufen mal weiter. Mal gucken, ob das dann schon Zeichen dafür ist, ähm, dass wir rauskommen können. Oder ob er dann direkt zurückkommt. So, das mit den Autos, das habe ich immer noch nicht so richtig rausgefunden. Hier habe ich einen Jeep, der beinhaltet, ähm, wenn ich das jetzt richtig erkenne, ein GPS. Aber ich kann damit ja nichts anfangen. Ich kann damit gar nichts machen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob die Mod da jetzt bloß nicht so weit ist, oder ob es ein Bug ist, oder ob ich irgendwas falsch mache. Ich habe keine Ahnung. Von euch kommt ja hinsichtlich dessen einfach kein Feedback. Von euch kann mir ja keiner weiterhelfen. Es ist deprimierend. So, jetzt ist der Hubschauer wieder deaktiviert. Und wir gehen weiter. Ja, der wird immer müder. Sehr müde. Ja, ich glaube, das ist dann auch schon die höchste Stufe, die es da gibt. Ah, jetzt kommen wir aber schon dahin, wo ich hinwollte. Da oben ist eine Baustelle. Ich hoffe, dass ich da irgendwo einen Stuhl oder dergleichen finde, auf dem ich schlafen kann. Weil Zeltkit ist ja immer noch nicht. Ich habe die Heringe allerdings mitgenommen. Ja, dass wenn ich jetzt hier die restlichen Sachen irgendwo finde in Moldrow, dass ich mir dann direkt eins zusammenbasteln kann und das für den Rückweg nutzen kann. Weil der Rückweg hat auch jetzt einige Zeiten in Anspruch schon wieder genommen, weil ich die ganze Zeit bloß so gelaufen bin. Aber das ist die höchste Stufe. Ausgelaufen, kurz vor dem Umfallen. Ähm, gute Nachricht, der fällt nicht wirklich um. Ist nicht wie bei DayZ, dass man dann ohnmächtig wird. Aber, ja. Schön ist es auch nicht. Weil er sieht dann halt nicht mehr so gut. Die Uhrz, ah, da haben wir schon wieder einen Zombie. Wenn jetzt der Hubschrauber kommt, dann ist das uncool. Ich möchte jetzt mal wissen, ob ich es schaffen würde, mich an dem vorbei zu schleichen. Ja, würde ich es schaffen. Will ich aber nicht. Ich möchte jetzt nicht mehr so gut machen, ob ich es nicht mehr so gut machen würde, wenn ich es nicht mehr so gut machen würde, wenn ich es nicht mehr so gut machen würde. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Zaun. Leg dich mal nieder. Ja, hier scheinen auch schon ein paar mehr Zombies wieder unterwegs zu sein. Baustelle, ist das eine Tür? Kann ich da rein? Ja, da müssen wir jetzt rein und zusehen, dass ich, ähm... Da ist, glaube ich, bloß ein Container oder sowas, der begehbar ist. Ich meine, wir haben hier einen Stuhl. Also wir könnten auch auf dem Stuhl nächtigen. Aber es ist doch ein bisschen, äh, risky, ne? Leg dich jetzt mal hin. Ich meine, die Müdigkeit an und für sich ist jetzt nicht so tragisch. Kompass. Ich weiß auch noch nicht, was man mit dem Kompass anschauen kann. Die Müdigkeit an und für sich ist jetzt nicht so tragisch. Weil das Einzige, was das beeinträchtigt, ist die Tatsache, dass ich halt nicht mehr so viel und so schnell sehe. Ja, jetzt sind hier lauter Paletten und Zeug. Machen wir das Fenster auf, dass ich... Verdammt. Das Fenster bleibt nicht auf. An den Paletten. Was kann ich da? Die Paletten haben nichts. Schade. Einfach nur ein Deko. Huch. Schlagen würde ich eigentlich nicht. So. Alles klar. Ähm. Also da wird ein, in diesem Dostfenster wird ein echt alles angezeigt. Das muss ich mir bei Gelegenheit mal näher betrachten. Ich ziehe jetzt mal eben die Map näher ran. Dass ich weiß, was mich denn hier so erwartet. Nichts weiter. Ein Dixi-Klo. Zwei Mülltonnen. Und diese eine... Ja, Container sag ich jetzt mal. So eine Art Bungalow. Und das soll jetzt mein Ziel sein. Du bist mal hübsch ruhig. Und leg dich doch jetzt bitte mal hin. Ja, ich bin nicht mehr gesättigt, deswegen dauert das ein bisschen länger aus. Oh, oder hat das eventuell doch mit der Möglichkeit zu tun? Oh, schnell, 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 bleib liegen. Oh, jetzt bin ich ausgepowert. Ja, das war nämlich jetzt eine Vielrumschlägerei. Aber es geht. Es hält sich noch im Rahmen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich jetzt hier wirklich so auf den Stühlen schlafen könnte. Ja, kann ich. Gut. Das hilft schon gut weiter. Aber ich will da hinten rein. Da drin will ich schlafen. Und am nächsten Morgen sehen wir dann weiter. Ich weiß gar nicht. Könnte ich auch in dem Dixi-Klo schlafen? Das müssten wir jetzt mal gerade noch abchecken. Es ist sowieso noch ein bisschen früh zum Schlafen jetzt. Ja, wobei, wenn ich jetzt so müde bin, ich glaube, da schläft der gerade zwölf Stunden durch. Hören wir die Türe zu. Hier könnte ich mich jetzt verstecken. Aber mehr könnte ich auch nicht machen. Aber das wäre schon das Versteck für den Helikopter jetzt. Suchen wir jetzt noch nach den Sachen. Ja, komm. Wir suchen jetzt noch die Mülltonnen ab. Bevor wir schlafen gehen. Vielleicht ist hier was Brauchbares dabei. Ein Brett. Brett, 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 Brett. Daraus könnte ich mir schon mal die Stöcke machen. Brauche ich nur eins. So, warte mal. Das waren nochmal zwei Müllküse. Zeitung, Feuerzeug, leere Flasche, Papiertüte. Ich nehme mir mal gerade die Zeitung noch mit. Dass wir eventuell auch mal ausprobieren können, irgendwie Lagerfeuer oder so zu machen. Päckchen mit Kaugummi. Open Pack mit Chewing Garn. Habe ich das jetzt hier drin? Hunger und Unglücklichkeit minus 10. Ja, komm, mach mal. Pause hier rein. Warte mal. Ich vergesse es immer, dass es zwei sind. Leere Flasche. Okay, jetzt sind nichts von Interesse. Gut. Gehen wir also da in den Bungalow rein. Der Helikopter scheint sich jetzt verabschiedet zu haben. So, jetzt wird im Durstfenster angezeigt, äh, Play Night Ambient. Das ist nix. Jetzt nicht noch im Nachhinein irgendeine Alarmanlage, bitte. Mikrowelle Kühlschrank. Das ist schön. Wir könnten uns also das Zeug jetzt hier noch geschwind kochen. Machen wir mal. Kann ich jetzt von hier Kühlschrank und Mikrowelle? Ja, geht. Schön. Gut, dann ziehen wir das Zeug jetzt alles mal in die Mikrowelle rein. Kochen das. Und schalten die Mikrowelle mal ein. Mehr haben wir jetzt nicht. Oh, sei bitte ruhig, sei bitte ruhig. Einschalten. Ich hoffe, dass die nicht Ding macht, sonst kriege ich einen Anfall. Oh, das ist ne Menge Lachs. Kocht, kocht, kocht. Gut. Lassen wir fertig kochen. Hunger minus 40, minus 40, minus 40. Das ist schön. Schauen wir mal, wie es dann aussieht, wenn das fertig gekocht ist. Ich glaube nämlich, dass es auch ein bisschen steigt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht sogar mit einem Topf oder sowas in der Art vielleicht ein bisschen besser beraten wäre, dass das dann qualitativ vielleicht steigt. Ich überziehe den Part. Aber wir kochen das mal fertig. Irgendwie geht es aber nur dezent langsam weiter. Ich möchte da jetzt aber auch nicht, ähm, unaufmerksam sein. Nicht, dass man hier die Hütte in Flammen aufgeht. Und ja, das geht natürlich auch. Man macht sich irgendwann so eine Mikrowelle und es geht auf den Koching. Koching, ja. Ja, Koching, genau. Ja, das geht auf den Koching-Skill. Auch wenn man es bloß in der Mikrowelle warm macht. Das ist immer noch alles 40. Schau mal an, ich weiß nicht, ähm, vielleicht läuft es ja so ab, ähm, danach kommt ja brennt an. Ob das dann wieder, äh, an Qualität, an Qualität abnimmt oder so, habe ich keine Ahnung. So. Ja, dann machen wir halt jetzt mal einen etwas längeren Part und quatschen bloß mal eine Runde. Werden wir den Sachen beim Garwerden zuschauen. Wir machen mal dat dazu. Und dass wir das Zeug dann gleich, wenn es soweit ist, äh, rüberziehen können. Dass mir das eben nicht verbrennt. Und, ja. Wie sind so jetzt die Pläne? Wie gesagt, im Moment bin ich noch auf der Suche nach den Dingen für das Zelt-Kit. Wir schauen auch mal so, was wir jetzt in Voltron noch kriegen können. An brauchbaren Sachen. Ich meine, das ist immer blöd, willst du mal alles mitschleppen, weil du kannst alles irgendwie gebrauchen. Weil das beste Motto, das man eigentlich so haben kann, äh, ist lieber, ähm, ist haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, weißt? Und das Motto, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, wie sieht's hier aus? Minus 40, das ist gleich fertig. Das unten ist auch fertig. So, jetzt haben wir minus 52. Das muss ich mal nachgucken. Ich glaub, verbrennt ist schlecht. Verbrennt ist schlecht. Äh, das ist auch fertig. Minus 52. Also, man hat, ähm, zwölf Einheiten dazubekommen. Also, das ist echt geil. Frisch gekocht. Da muss ich halt aufpassen, dass mir das jetzt nicht irgendwie verdirbt. Aber ich denke, durch die, ähm, Schwierigkeitsstufe, die hier eingestellt ist, geht das recht langsam. Wir heben uns das jetzt aber noch auf. Ja, hauen uns das nicht gleich rein, weil, ja, diese, Hunger minus 52, das ist echt rabiat. Dafür, dass es, äh, nur 0,3 Gewicht hat, ist das genial. Wir kochen uns nur noch den Lachs fertig. Und, ja, da sind wir nahrungsmitteltechnisch jetzt echt gut aufgestellt. Damit kommen wir eine ganze Zeit lang hin. Also, wenn sich das noch länger hält, ist, für den Rückweg gut gesorgt. Kaukummis haben wir auch noch eine Menge. Wir ziehen uns mal noch einen rein. Obwohl, sollten wir uns vielleicht, ähm, aufheben. Ah, jetzt kann ich ihn ja gar nicht mehr einpacken. Jetzt habe ich einen gegessen, kann ich ihn gar nicht mehr einpacken. Schön, ich könnte sogar einen viertelsten Kaugummi essen. Prima. Äh, hier tun wir vielleicht mal aufpassen. Gefährlich, wenn ungekocht. Da sind wir gleich fertig und dann legen wir uns schlafen. Verbrennt. 52. Hervorragend. Fertig. Ausschalten. Immer ganz wichtig. Ganz wichtig. Ausschalten. Und dann können wir das Zeug ja mal noch so lange in den Kühlschrank hier reinpacken. Eh. Es ist jetzt noch heiß. Aber ich kann es trotzdem reinpacken. Das ist gut. So. Okay, ich lege mich schlafen und erbreche den Part hier. An der Stelle. Und erst mal gucken. 12 Stunden. Wow. Dann haben wir es am nächsten Tag mittags. Reanimate. Saved. Null Zombies. Hm. Oh. Was war das? Das war ein Schuss. Saved. Null Zombies. Okay, sind wir soweit. Ich mache hier eine kurze Unterbrechung. Kümmere mich mal ein bisschen um Real Life. Und vielleicht mache ich dann gleich noch die nächste Aufnahme. Für euch wird es dann am nächsten Tag sein. Oder am übernächsten. Mal schauen. Haut rein, Leute. Macht's gut. Und ciao, ciao. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020